DARK SOULS 2 Und was bist du? Eine Statue blockiert euren Weg In Ordnung Das ist mir neu Kommen wir da nicht vorbei? Echt nicht? Okay, cool Was auch immer hier gerade passiert ist Na ja Ähm, gut Dann gehen wir Das war das mit den Tutorials schon Weil Okay, da oben machen wir auch nochmal Eben an Damit's Schön aussieht, ne? Warum ist denn da ein What the fuck, Alter? Was denn da passiert? Na ja, gut Äh, und einmal anmachen hier So, wir haben nur noch 2 Minuten Fackel Das seht ihr daran an der Zahl Die dann immer runter geht auf der linken Seite Wenn wir die Fackel anhaben Ähm Hier ist eine Nachricht Genau, jetzt fangen nämlich die Nachrichten an Ruhig bleiben, arme Seele Das sind dann die Nachrichten, die andere Spieler schreiben Und, joa, gut Das ist jetzt, äh, hier können wir sehen Blutfleck berühren Was ist hier passiert? Was der Hölle ist da gerade passiert? Keine Ahnung Ähm Versucht Geste und dann Hurra für scheinbare Wand Geste? Ähm Naja Nicht wirklich, aber okay Ähm Was haben wir hier? Illusion voraus, versucht Geste Ähm Are you fucking killing me? Keine Ahnung Ist ja auch egal So, was haben wir hier wieder? Ja Genau solche Sachen, das ist so, meh Keine Ahnung Das sind so Sachen, die Finde ich echt, also Ich hab keine Ahnung, was die jetzt, äh, bringen oder so Das ist, äh, ne Okay Halten wir uns nicht darin auf Wir kommen In unser erstes offizielles Gebiet Und zwar Ist das das Hauptgebiet von Dark Souls 2? Majula Ihr seht, wie schön das alles hier ist Noch, würde ich sagen Ähm Was haben wir hier? Versucht springen Okay Warum sollte ich da springen? Interessant Naja Okay, da unten liegt noch etwas Das ist natürlich Bitte, 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 bitte Ähm Gut Hat funktioniert Freue ich mich drüber Das kriegen wir hier Und Ein Fernblas Das ist jetzt so unnütz Das ist ganz ehrlich Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen Aber, okay So Nein, hier wollen wir noch nicht rein Hätten wir noch von hier hinkommen können? Oder? Achso, ne, da oben, okay Hm, alles klar So Mh, also Wir sind in Majula Da vorne sind wir ein weiteres, äh, Feuer Und da vorne steht eine Frau So Wir gehen erstmal das, äh, das Bonfire hier Und, ja Und, ja Sagen sozusagen quasi Unserer, ähm Ja, unseren Punkt, sag ich jetzt mal Für, äh, ja Genau Dafür halt So Wir reden mit der guten Frau da hinten So Moin So 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 Kraft zum Aufstieg So Wir reden nochmal mit ihm Mit ihr meine ich Und Wir können dann Seelen So 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 Genau Hier können wir einmal aufsteigen Das heißt, wir können mit den Seelen, die wir gefunden haben bisher Level aufsteigen So Ihr seht es hier oben So Vitalität Ein Attribut, das die TP bestimmt Kondition Ein Attribut, das die Gesamtausdauer bestimmt Denn, ähm Egal ob wir uns Schlag machen Oder, ähm uns Rollen Oder, oder, oder Wir Wir Haben Ausdauer Die gebraucht wird Und wenn die leer ist Dann sind wir hilflos Quasi Und, ja Leichte Beute eben So Dann die Belastbarkeit Das ist die maximale Belastung Die wir dann halt Durch Gewicht haben Im Moment Wäre das Ne, warte Doch Die wir halt tragen können Also Das was wir halt Durch die, äh Ausrüstung Durch das Gewicht der Rüstung tragen So Dann haben wir die Zauberei Das ist das Attribut für die Zauber Da wir ja kein Zauberer sind Ist uns das eigentlich egal Die Stärke Attribut Das, äh Das das Tragen schwerer Waffen ermöglicht Erhöht auch die Angriffsstärke Das ist ein Relativ wichtiges Attribut für uns Da wir, ähm Ritter sind, ne Und, dementsprechend halt, ähm Stärkere und schwerere Waffen tragen wollen, ne Die Geschicklichkeit Das Tragen Äh Für Waffen, die Geschick erfordern Das heißt Bogen Oder Dolche Oder Sonstige Etwaige Waffen Dann die Anpassung Das habe ich leider nicht ganz kapiert Erhöht verschiedene Attribute Um zu überleben Erhöht Beweglichkeit Und andere Resistenzen Okay Dann die Intelligenz Das ist natürlich die Magierabwehr Und die, äh Stärkt die Zauber, ne Wille ist für Wunder Äh Und die Blitzabwehr stärkt das Ähm Ja Wunder halt Kann man halt So wie Zauber sind Das sind halt Sind halt von Klerikern So Weiter geht's Mit den TP Ähm TP sind die Trefferpunkte Ganz normal Das ist unsere Ausdauer Die wir im Moment haben Äh 92 von 92 Und ihr seht Ermöglicht das Ausführen von Aktionen Wird durch Aktionen verbraucht Füllt sich jedoch automatisch wieder auf Mhm Dann die Höchstbelastung Was auch wieder zusammenhängt mit der Belastung Wie viel wir immer tragen können an Zeugs Da 49 haben wir da Dann die Zauberreihslots Wie viel Zauber man tatsächlich mit sich tragen kann Und dann haben wir die Zaubergeschwindigkeit Das Tempo In dem die äh Zauber gedingst werden Äh Gezaubert werden Der körperliche Angriff Dafür ist die Stärke Fähigkeit Schaden durch körperliche Angriffe zu führen Ja Erhöht sich mit Stärke Erklärt sich von selbst genau wie Geschicklichkeit Ähm Ja Magieangriff Natürlich Klar Feuerangriff Blitzangriff Finsternisangriff Giftangriff Lukungsangriff So Weiter geht's mit der Resistenz Körperliche Abwehr Höhe der Abwehr gegen die körperlichen Angriffe Also Physische Das heißt Schwert Diebe Oder so Dann Haben wir die Magieabwehr Erklärt schon selbst Die Abwehr gegen Zauberei Die Feuerabwehr Also Gegen Feuerangriffe So wie Feuerbomben etc Blitzangriffe Ganz normal Es gibt auch Blitzbomben Ähm Dementsprechend Finsternis Gift Blut Dann die Versteinerungsresistenz Ähm Genau Verursacht ist die Resistenz gegen Versteinerung Weißt du nicht genau wie das funktioniert Die Fluch Ja Resistenz gegen Hüllenwerdungsfluch Das heißt Genau Bewegigkeit Ganz klar Ausweichung Bedürnse Da Die Fähigkeit Angriffen standzuhalten Ähm Wie kann man das erklären Eigentlich Ganz genau Dass man glaube ich nicht umkippt Oder irgendwie sowas Keine Ahnung So hier haben wir dann die ganzen Angriffe Von der rechten Waffe Drei Waffen können wir jeweils pro Hand kippen Wie auch immer das funktionieren soll Keine Ahnung Ähm Linke Hand ebenso Dann die Verteidigung gegen Schlagangriffe Also ähm Gegen Knüppel glaube ich sind das Gegen Hieb Hieb und Stichwaffen sind das Also Schwerter Deutsche etc Ähm Stoßwaffen Das wäre dementsprechend ähm Speere glaube ich Und die Balance Genau Das gleiche nochmal wie hier Wie die Balance Wie man standhält und so Und ja Das war es eigentlich zu den Attributen Bei ihr können wir auch noch den Estusflask verstärken Was gleichzeitig auch eine unserer Heilungsmethoden ist Das ist einer der schnelleren Heilungsmethoden Als die Kombin Kügelchen Wir sprechen noch mit dir Korrekt Wir werden uns Ja Hier das spielt alles später noch eine Rolle Hier haben wir noch einen noch jemanden der auch so vertrollt Und ja Ihr seht wir haben keinen Key dafür das heißt wir sind nutzlos gerade Naja nutzlos jetzt nicht aber Ähm Ja So Dann haben wir hier oben Genau Hier geht es weiter Ach ne Menge zu erklären liebe Leute Tut mir leid Die ersten paar Folgen werden wirklich viel ektisch passieren So Hier haben wir die Tode weltweit Die mittlerweile schon passiert sind Das heißt im Moment sind 796 Tauben Oh mein Gott warte mal 7 Millionen 900 Ne 79 Millionen 602.259 Tode Die aktuell komplett auf der ganzen Welt irgendwie Ja Hier haben wir noch das Unkenntlichkeitsgedönse Hier haben wir noch einen Typ mit dem wir reden können Hier sind wir und du dann nicht mehr Weil der Geruch ist unverkennbar Der Geruch bla Dies ist Majula Eine Art Siedlung Ein Ort an dem das Leben beinahe normal ist In Drangnake Findet Findestich heutzutage nur ganz wenige solche Orte Ich bin Solden Ich habe wie hier alles verloren Und bin nun hier Vermutlich habt ihr gehört dass sich der Fluch hier brechen lässt Ja Das stimmt nicht Für euch und mich und alle anderen gibt es hier nichts Wisst ihr viel über Seelen Nicht mal ich bin mir sicher Aber Es heißt dass die Seele die Essenz des Lebens ist Jedes lebende Wesen Empfindsam oder nicht Hat gar nicht Was hier als Fluch bezeichnet Wurzelt in der Seele Versteht ihr was das bedeutet? Am Lebensstern über die Erde zu schreiten Genau das ist der wahre Fluch Die Untote werden niemals sterben Was eine zündliche Zwickmühle ist In diesem Land gibt es vier Wesen mit riesigen Seelen Verrückt euch euer Weg von hier aus Euch auch führt Früher oder später werdet ihr ihnen begegnen Jeder trägt eine mächtige Seele und einen fürchterlichen Fühl Und falls euch dies Angst eingelagt hat Geht lieber weg oder so Seht ihr euch je nach Hilfe? Die Reise eines Untoten ist lang Wo ihr geht und steht Erwartet euch Eindringlinge aus anderen Welten Falls ihr Hilfe benötigt Erkundet doch euren Glauben an die blauen Wächter Wenn ihr einmal in Gefahr seid Kommen euch die Pilger der blauen Wächter zu Hilfe Ihr werdet beschützt So ihr dies wünscht Ihr müsst lediglich ihre gütige Umarmung zulassen So Hier können wir Unseren allerersten Pfad beschreiten Beziehungsweise Eid leisten Den ich auch machen werde Ja ganz einfach Keine Ahnung Weiß nicht Wir bekommen das blaue Siegel in Eid geleistet Eine weise Entscheidung Die Menschen sind schwach Doch die blauen Wächter bewachen uns voller Wohlhol Gebt euch der Umarmung der Wächter hin Genau das sind dann so Ähm Jeder Eid hat Vor- und Nachteile Wir ziehen natürlich das Siegel an Damit wir auch geholfen Damit uns auch geholfen werden kann Im Laufe des Abenteuers Werden wir noch einige von den Eiden finden Und das ist halt Jeder Eid hat seine Typen Seine Vor- und Nachteile Es gibt zum Beispiel Eidi Die halt dementsprechend auch Ähm Ah keine Ahnung Die halt ähm Jemanden Mehr bessere Waffen geben Zum Beispiel Ähm Fürs Erste werde ich erstmal Im Pfad der blauen Wächter bleiben Weil einfach ja Ist halt einfach so So Dieser Oh Hallo Guten Tag Ich war auf Hude Street Tut mir schwer Hier können wir Gegenstände kaufen Aber alles ist im Moment Viel zu teuer Und daher ähm Ja 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 komm So wir gehen die Leiter hoch Und schauen mal Was uns erwartet So Eine weitere Kiste Sehr schön Was bekommen wir hier Eine Titanit Scherbe Ähm Wichtig um Ja Um Deine Waffen zu verbessern Ne Moment Glaube ich das Standard Kleine Schwert Kurz Schwert So Das erste Mal wo ich die durchgespielt habe Wie oft ich versucht habe hier runter zu kommen Oh Gott wird auf Ich bin so oft gestorben hier Das ist schon nicht mehr feierlich du So Hier haben wir noch eine So Gucken wir mal rein Mein Kätzchen Oh Ihr seid ein Unkotor oder? Und zwar einer dem nicht mehr viel Zeit bleibt Wenn ich's mir recht sehe Fällt die gleiche Sonder Keine ich die andere Zeitpunkt für eine Ploterei mit einer Katze Tja wie es euch gefällt Oh ja Ihr dürft mich Schalkor nennen Was ist ihr Name Sehr erfreut Was ist denn euer Begehr? Oh ihr riecht herrlich Hohohohoho Hier können wir Genau Hier sehen wir die ganzen Eide die wir haben Ähm Von Gegenstände bei ihr kaufen Bei ihm kaufen Ich weiß nicht genau Ring des bösen Augen Äh Augen Auges Absolute TP von jedem besiegten Gegner Cool Silberkatzenring Oh Ihr Rotaugenring Warum sollte man von Feinden leicht entdeckt werden ist die Frage Ja Dann die Ringe mit Namensgravur Ähm Werde ich mir definitiv bald kaufen Einfach Ähm Um Mich Mit Den Kollegen Und allgemein Ähm Mit den Leuten besser Zu verständigen Zu Dingens Ähm Dass man sich halt besser findet sage ich jetzt mal ne So hier haben wir dann noch Ähm Heimatknochen Prismasteine Köderschädel Und Leutz Talisman Äh Talisman ne Leutz Talisman Ja Sind eigentlich eher für Für Ähm Ja PvP würde ich sagen Ähm Nein 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 Ich hab nicht gefunden Auf Wiedersehen So Sie haben noch eine Sache zu tun Wo war das denn Ähm Ach hier genau Hier geht's noch weiter Und dann gibt's noch Einen Lebensstein Den wir sehr gut gebrochen können Hier geht's noch weiter Aber nur Aber nur bis hier oben glaube ich ganz kurz So Genau Hier haben wir noch so ein Keine Ahnung was das ist So hier können wir ähm Wieder äh Einen Eid leisten Dann Dann ähm Dann ähm Da könnten wir uns ein bisschen mit äh 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 schwerer Und so ne Heimatknochen finden wir hier Das ist gut Heimatknochen sind immer gut So Glaub's nein So Äh Also könnte man auch ein Eid leisten Aaaaaaaber Ja Ist jetzt kein toller Eid Wie gesagt Ist halt nur Hm okay So Aber Hier ist ne Nachricht Das wollen die Sack hat sich Ich will die zu rar verrollen Ja Manche Wie gesagt Manche Dinge Die sind einfach nur Unnütz Die da schreiben Wenn wir das Keine Ahnung Schwachsinn Warum auch immer Warum man auch sowas auch immer äh So Da vorne haben wir Äh Ja Äh Genau Unsere Gegner Äh Lass mich in Ruhe Und ihr seht Wir machen ihnen einfach keinen Schaden Das ist sooo grausam Ich will doch nur spielen Naja So hier haben wir Hier ist glaube ich nix ne Hier war nix ne Hier war nix ne Hier haben wir nur diese Comics Ja sooo Keine Lust von den Viechern getroffen zu werden Denn die machen sehr viel Aua Oha sehr hart Aua Ähm Sie werden uns hoffentlich nicht die ganze Zeit verfolgen Das wäre dumm Da ist die halt auch nicht besiegen kann im Moment Und hier geht's hoch Ich weiß noch ungefähr wo ich hin muss Aber Genau hier war nämlich noch was Da würden wir jetzt zurückgehen äh zurückkommen Zum äh Tutorialgebiet sag ich jetzt einfach mal dazu Ähm Ob hier war das wo wir runter Genau hier war das wo wir runter gejumpt sind Ja Ja Dann würde ich sagen Wir Ja jetzt war so klar dass sie da sind ne Ähm Wir gehen Ins erste Gebiet Leute Ins erste richtige Gebiet Wo wir auch ähm So wenn ich jetzt nochmal hier Pass auf Ja Müssten die ja normalerweise weg sein ne Genau Ja hier sehen wir noch andere Spieler Eine Frau Die sich da hingestellt hat Na gut Ähm Warte Muss ich hier schon lang Ich glaube ja schon So Hier haben wir eine Kiste Freue ich mich immer sehr drüber Äh Ich hätte aber jetzt gerne mal Äh So langsam ein Schild Das wäre mal cool Ohne Schild in Dark Souls rumlaufen ist immer so Upsi Ich glaube ich weiß wo ich ein Schild bekomme Guck mal so Frennen wir einfach mal hin So Also wenn wir jetzt ähm In unsere Welt eingedrungen werden würde Würden uns die blauen Wächter helfen Soweit ich das noch weiß Ich bin da gerade gar nicht so sicher Ähm So wir gehen erstmal hier runter Was natürlich erstmal Nicht wirklich Ach scheiße Da komm ich überhaupt schon hin Weiß ich grad gar nicht Müsste aber normalerweise schon hin kommen Ähm Genau hier war da Genau ja Hier war nämlich die Treppe Und Und genau Hier irgendwo Genau hier ist nämlich die Kiste Oh ja Eine Kiste Da sollte im besten Fall Im Normalfall äh Genau ein Schild drin sein Habe ich noch richtig in Erinnerung gehabt Ich freue mich So Das Schild Nehmen wir natürlich mit Das ist ganz klar Weil äh Dark Souls ohne Schild ist Oh Gott Ja genau Hier ist ein Hebel Oder Oder was auch immer das sein soll Keine Ahnung So Was macht unsere Tür auf hier Oder war das hier Oder war das hier Wie lang War ich gerade gar nicht mehr oder Und werden wir sehen So hier bekommen wir einmal Das zerbrochene Liebesschwert Und die Seele eines Untoten Ja Das zerbrochenes Schwert ist jetzt Keine Ahnung Jetzt nicht unbedingt toll Sagen wir es mal so So Ne Hier will ich eigentlich Hier will ich nämlich noch nicht hin Da ist der Flammenturm Da will ich noch nicht hin Wir gehen erstmal Wieder zurück Denn Wir könnten da hinten gehen Dann würden uns aber so schöne Dicke fette Große Mega Fiese Ähm Na was schnell Ähm Ritter erwarten Die wir mit unserer jetzigen Waffe Boah Da würden wir gar keinen Schaden machen Deswegen also Deswegen gehen wir mal hier lang Also hier lang Also hier lang Leute Und Schauen wir uns das ganze mal an Man weiß ja nie Man weiß ja nie Ne So Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das Schild haben wir schon mal Weil Schilder in Dark Souls Sind ganz ganz gut Beziehungsweise sollte man Wenn möglich Natürlich Immer Eins dabei haben Natürlich Gibt's Waffen Wo man das jetzt nicht wirklich Braucht Aber Es ist immer so Vorrichtung bewegt sich Ob hier genau Da war ja was So Wir sind wieder in Majula So Ihr seht hier Der hat auch schon eine fette Keule Oder was auch immer das ist Äh Gut Ich bin nicht so der Keulen Fände ich mir eher das Schwert Fan Aber Äh gut So Schild immer hoch War bei Dark Souls eigentlich immer so eine ähm Wichtige Regel Ganz ganz wichtig Schild Bei Dark Souls Immer Hoch Immer Denn Man weiß nie was hinter der nächsten Ecke lauert Da steht wahrscheinlich wieder Scheinbare Wand Okay Vision von Sackgasse Okay Äh hier geht's Ne hier geht's weiter genau Kann man das Ding rausziehen Dann Geht Dieses Tor auf Oder? Ja Wow Das ging schnell runter Na ja Dark Souls Genau Wir sind Nämlich Jetzt Weiss Ich war nicht vorne Hm Okay Oh okay Ähm Und da konnten wir natürlich nicht drunter sprengen Ich bin Na ja Ähm Ja Das ist ein bisschen doof ne Aber ich bin so ein bisschen Das wird mir noch ein paar Mal passieren liebe Leute Wir rennen weiter runter Und ihr seht oben links die Leiste wird immer weniger Und immer immer weniger Mh Mhm Ups Ups So Wir ziehen wieder Das Ding raus Gehen um so 420 Seelen eben holen Und da ist der nächste Maschine Das ist der wahnsinnig Schleckzettel Wenn ihr wollt könnt ihr gerne mal einen Killcounter aufstellen Und zusammenzählen Wie oft wir dann auch gestorben sind So hier geht es nochmal runter Genau das wusste ich nämlich Und hier haben wir einen Menschen ab Und das ist cool Und ihr seht da rüber kann man jumpen Ich hoffe ich verpack das jetzt nicht Doch ich verpack's Doch ich verpack's Oh Jesus Warte Frage alter Ich hätte die falsche Tasse gedrückt Na ja Und die Energie wird immer weniger und weniger und weniger Aber gut liebe Leute Das war's dann mit dem äh nächsten Part Wir sehen uns dann ähm Ja Wieder wenn es wieder heißt Let's play Dark Souls 2 Scholler of the First Sin. Bis dahin, euer Nighty Zopp.